Willkommen zur ersten Folge Realm Royale. Ich habe immer das Spiel vor ungefähr drei Tagen runtergeladen und es macht mir bisher wirklich eine Menge Spaß. Sogar auf jeden... oh, was ist jetzt sogar? Auf jeden Fall viel mehr als, äh, Fortnite. Weil das Spiel, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe keine Lust, jede Runde, ähm, gerade Fernkämpfe vom Glück abhängig zu machen und jede Runde den Eiffelturm zu bauen, nur um einen Kill zu machen. Ist nicht so mein Ding. Und außerdem haben wir hier ja auch die Sachen von Palins mit drin. Das macht das Ganze natürlich gleich nochmal sympathischer. So, wir gehen hier runter in diesen, diesen, diesen Sumpf, ne? Ja. Perfekt, fast perfekte Landung. Ähm, allerdings ist in dem Gebäude dann leider gar nichts drin. Das ist natürlich sehr bedauerlich. Und eine scheiß Giftpistole. Warte mal, das heißt doch, da ist gerade jemand gelandet, oder? Hm. Ich weiß nicht, was das für ein Geräusch ist. Das war auf jeden Fall sehr laut. Und sehr bedrohlich. Okay. Brauchen wir nicht. Jetzt nimm ihn. Mensch. Die Hitbox ist echt klein für Sachen zum Aufnehmen. Bin ich ein bisschen blöd. Aber gut. Wird ja gefixt, ne? Ach fuck, da wären noch nichts gewesen. Ähm, aber danach sind wir ja durch, ne? Ja. Okay, das ist ganz cool. Das nehm ich für die Eins. Weil ich mag die Giftpistole echt gar nicht. Ich glaub, die wird auch ein bisschen gebufft im nächsten Patch. Aber so ist das nochmal... Momentan find ich sie nicht so geil. Und deswegen nehm ich sie nicht. Oh! Jetzt, jetzt können wir reden. Jetzt können wir reden. Hm, den nehm ich auch erstmal mit. Rifle ist ja ganz nett und so, ne? Also die Barrick-Waffe, aber... Ich find sie auch ein bisschen so unzuverlässig. Okay. Ja! Schöne Waffe gefunden und dann direkt die Handschuhe zertrümmert. Ich bin noch ein Genie. Und wenn ich jetzt sterbe, dürft ihr alle selber schulden in die Kommentare schreiben. Meine Güte. Zerstört einfach die... Die, äh... Handschuhe. Mein Gott, was bin ich für ein Experte. Flair brauche ich nicht. Ich weiß nicht, was ich damit soll und, ähm... Okay. Brauche ich das nicht zerstört. Mhm. Mhm. Okay. Okay. Die Sachen kann ich nicht nur einsammeln. Bin nicht zu blöd dafür. Alter, die Schuhe schon irgendwo fein gelassen? Ich glaub nicht. Ja? Egal. Mhm, 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 mhm. Sehr interessant, sehr interessant. Oh. Kriegen Besuch. Wir kriegen Besuch. Oben in der Schmiede. Oben in der Schmiede. Hm. Wo kommen wir denn da überhaupt rein? Wo kommen wir hier rein? Wo kommen wir hier rein? Wo kommen wir hier? Wo kommen wir da? Okay, nice Mann, ich will die Rüstung Sind wir drin? Ja Digga, das Ding ist so laut, ne? Hmm, jetzt heißt es wachsam sein Und wir können jederzeit Besuch kriegen Da drüben waren die Kisten noch gar nicht geleert, ne? Hier auch nicht So, wir haben genügend Rüstungstränke Da soll man nicht geizen Hier drinnen rüste ich nochmal die Shotgun aus Wer weiß Was da so kommt, ne? Oder wer da so kommt, eher gesagt Sehr geil bisher, sehr geil Okay, was haben wir hier eigentlich noch gemacht? Eine legendäre Dodge Roll, okay Achso Wahrscheinlich, oder? Fett Fett, geil Wir sind jetzt quasi Cassie in ihren besten Tagen Nur mit einem Schalin-Bogen Also, ja, auch mit Bogen, ne? Cassie mit unendlich Rollen und Bogen Was ist hier los? Das ist zurück in die Vergangenheit Ich merke das schon Mhm, brauchen wir nicht Mhm, aha Sieht sehr gut aus Wir könnten auch zur nächsten Schmiede gehen Ähm, die wäre Oh Kisti Gucken, was wir da so finden Vielleicht der Gegner Wer weiß Wer weiß, wer weiß Lass mal schauen Okay, ich sehe die Kiste Gegner Sehe ich hingegen keinen Irgendwo Wollen wir die mitnehmen? Habe ich jetzt einfach mal gemacht Mein Gott So, da ist die nächste Wollen wir die verfolgen Oder ich gehe lieber Ich gehe lieber in die Lost Forge Die Kiste Relativ nah gedroppt Egal Komm, egal Ist egal Oder? Nein Nein, ist nicht egal Wir gehen jetzt hin Da drüben in der Mitte Oh nein Das darf nicht wahr sein Als ob das schon zu hoch war Schmerzt Schmerzhaft Oh Gott Handfinger Digga Wie niemand an die Kiste Sich traut Ran zu gehen Da hinten habe ich ihn Ich habe ihn genau gesehen Okay Ich muss hoch Ich muss irgendwie wieder hoch Ich kaufe Okay. Ach, fuck. Ich wollte mich doch nur heilen. Fuck. Bisschen laut, aber okay. Hm. Bisher sieht es ganz gut aus. Hier wurde ein Kill gemacht. Okay. Ja, gut. Hätten wir das auch geklärt. Und eine volle Rüstung. Geil. Einmal kurz heilen. Durchatmen. Und... Da hin. Da können nämlich Gegner sein. Wir sind nämlich nur ganze elf Leute. Witzigerweise. Alter, wie... Der Typ, der hat gar nicht mitgeredet. Ah, da ist da jemand. Ne. Hä? Okay. Die Truhe ist noch nicht offen, aber... Wie darf ich das denn verstehen? Hä? Warum wurde die mir auf der Karte nicht mehr angezeigt als offen? Komisch. Okay, also Lost Forge ist nicht mehr erreichbar. Das ist bedauerlich. Undauerlich. Überall Rifles. Überall nur Rifles. Jetzt. Es gibt nur noch eine Schmiede. Und das ist die da oben. Wenn da mal keine Gegner sind, du. Wenn da mal keine Gegner sind. Wir bräuchten sowas wie einen Tracker. Ja, Jungs, wer auch immer noch am Leben ist, das... Das ist krass. Das wird krass. Ja, okay, danke, du Arschloch. Pass auf den... Den... Tricks aus. Okay, wir trinken den nächsten aus. Wir gucken mal, wo er hinreitet. Weil er überhaupt irgendwo hinreitet. Ne, der hockt ja immer noch hinten rum. Wisst ihr was? Dann gehen wir außen rum. Wir holen uns von außen. Von hier. Mhm, mhm, mhm. High Ground habe ich. Ich will mir am liebsten so wenig wie möglich ver... Das habe ich genau gehört. Das kam von vorne irgendwo. So. Pack mal, wo steckt der Typ? Oidee. Sagt's mir doch. Wo ist er? Alter. Alter, ich muss heilen. Das war ein kranker Kampf. Sechs Spieler noch. Fuck it! Nein! Ich kam einfach nicht dazu zu heilen. Weil direkt der Nächste ankam. Fuck it! Schade, schade, schade. Ja, sechster Platz. Da kam dieser blöde Wichser an. Kann man nichts machen. Schade. Ja, das war die erste Runde Realm Royale. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.